Die meisten Politiker sind psychisch krank. Es gibt Piero Roccini, das war der römische Chefanalyst des Parlaments und des Senats, also der Mensch, der die ganzen Politiker behandelt hat und Psychotherapien mit denen gemacht hat. Da hat nach seiner Pensionierung ein Buch geschrieben, Neurose der Macht, wo er drin beschrieben hat, dass über 50% der Politiker schwer geisteskrank sind. Sie sind schwer narzisstisch. Sie kennen nur sich. Sie wollen im Glanz der Scheinwerfer nicht stehen. Sie wollen wichtig sein. Sie wollen viel Geld haben. Sie wollen Macht haben. Das Volk und andere Menschen sind ihnen völlig egal. Sie haben keine Empathie. Sie können sich nicht hineinfühlen in die anderen Menschen. Sie sind psychisch schwer gestört. Und er hat gesagt, diese Menschen sind die, die am allerwenigsten geeignet sind, um eine Nation zu führen. Wir sehen das an Berlusconi, so ein typisches Beispiel. Aber auch bei uns sind die Politiker gleicher Art. Denken das nur um Macht. Die haben keine Ideale. Wir sehen ja, heute gibt es ja gar nicht mehr rechts und links. Jeder klaut von jedem. Jeder will koalitionsfähig sein. Und jetzt schmeißt die Linke ihre Ideale über Bord, damit sie mit an die Macht kommt, mitregieren kann. Das heißt, mit an die Schmiergelder kommt. Darum geht es. Kissinger, der ehemalige Außenminister in den USA, der hatte mal gesagt, dass 90% seiner Mitpolitiker korrupt sind und sich für alles kaufen lassen. Und das hat er wohl auf den Punkt getroffen.